Hallo, mein Name ist Sebastian Bertelsmeier, ich bin Marketingleiter bei Schäffer und heute möchte ich Ihnen unseren großen Radlader, den 5470Z, ein klein bisschen näher vorstellen. Unseren Allrounder, der auf keiner Baustelle fehlen darf. Der 5 Tonnen Lader der 0,8 Kubikmeter Klasse ist extrem leistungsstark und sowohl aus dem Garten- und Landschaftsbau als auch aus der Industrie und der Kommunalwirtschaft einfach nicht mehr wegzudenken. Wenn es an die richtig schwere Arbeit geht, dann profitieren Sie von der über 40-jährigen Erfahrung von Schäffer im Laderbau. Und diese Erfahrung merkt man unseren Allroundern in ganz vielen Details an. Der 5470Z hier besitzt eine extrem starke Z-Kinematik am Werkzeugzylinder und entwickelt enorm hohe Ausbrechkräfte. Mit seinem starren Knickelenk und der Pendelachse hinten glänzt er mit einer in dieser Klasse sehr überlegenen Standfestigkeit. Den wirft so schnell nichts um. Und seine Heavy-Duty-Planetenachsen mit Selbstschwerdifferential, gepaart mit den wartungsfreien Lamellenbremsen, machen ihn zu einem extrem robusten Mitglied im Fuhrpark. Seine Fähigkeiten als Allrounder beweist der 5470Z natürlich auch in der Kategorie anspruchsvolle Ladetätigkeiten. Bei einer Hubhöhe von 3,25 Meter schafft er eine Hubkraft von 3,6 Tonnen. Das ist mal eine Ansage. Was Ihnen von allen anderen Ladern dieser Klasse unterscheidet, die perfekte Rundumsicht und der Blick auf das Anbauwerkzeug. Dank der großzügig verglasten Kabine und der Kombination aus niedrigem Vorderwagen, schmalem Ladegerüst und hoher Sitzposition, ist die Sicht auf die Gabelspitzen exzellent. Beim Antrieb können Sie zwischen 61 oder 75 PS wählen. In beiden Fällen erfüllt er natürlich die Abgasstufe 5 und hat einen Diesel-Oxidationskatalysator und einen Dieselpartikelfilter verbaut. Eine ganz saubere Angelegenheit und oft genug eine Voraussetzung, um überhaupt an öffentlichen Ausschreibungen teilnehmen zu können. Und mit serienmäßig 20 kmh oder als Option sogar 30 kmh Spitze ist der 5470Z auch schnell am nächsten Einsatzort. Der Verbrauch hält sich dabei in erfreulichen Grenzen. Dabei hilft auch der hydraulische Lüfterantrieb, der optional auch als Umkehrlüfter funktioniert. Sehr angenehm, nicht nur unter staubigen Bedingungen. Um das Paket für den perfekten Radlader vollständig zu machen, hat der 5470Z Schäffer High Traction Force verbaut. Unsere vollautomatische Schubkraftregelung, mit der Sie auch im Schnellgang den maximalen Schub zur Verfügung haben. Und natürlich darf auch SPT, die Schäffer Power Transmission, nicht fehlen. Die erhöht den Fahrkomfort merklich und senkt die Betriebskosten. Weiter ein Pluspunkt auf Ihrem Konto. Damit der 5470Z auf jeden Fall auch in Ihre Maschinenhalle fahren kann, bieten wir Ihnen optional mit einer niedrigen Kabine und einer Bauhöhe von nur 2,45 m an. Das sollte doch passen. Weitere Informationen gibt es wie immer auf www.schäffer.de oder bei Ihrem Schäffer Vertriebspartner.